ich habe keine ahnung was der gerade hier anbrüllt oder so aber ja also hier ist er? warte ich will hier was ich will schauen ich will schauen ich will schauen ich habe kein was der wird er streift nur herum ok gut dann ist es relativ so wie ist das jetzt so aus sozial es interessiert mich wirklich perfekt ist ja traumhaft auf was habe ich gelesen auf wasser auf wasserrutsche du brauchst mehr wald fuck wie ist es noch mal zu wenig wald zu viel wald warte mal sozial wie war der was für ein panik von wem ist aber nicht all das ist hier was keine panik haben der ist hinterm zaun also ist nichts problem warte mal wie will der zu wenig wald glaube ich glaube ich und der ist einsam warum habt ihr jetzt warte mal wie ist jetzt mit eurem wald gedöns aus also ihr könnt wald easy gold noch reinholzen so ist es nicht für alle dann habe ich noch ein bisschen wald dran das sollte nicht das problem sein das ist mein ernst so wenn es nicht ganz der wahrheit entspricht jetzt kann es mit so einem aufzeigen willst mich verarschen jetzt wo ich gerade was ich viele viele ausgebildet habe boah ist das so bescheuert von mir was ja doch ok er braucht noch mal wald so bitteschön warum machst du so viel wald muss ich nicht verstehen aber von mir was so wald knapp an der grenze warte mal ich halt hier einfach noch noch ein kammer irgendwas raus aber den paar jetzt bisschen auf du kriegst den spaß da du kriegst den spaß und das war's das ist jetzt der spaß so let's go alles klar alles klar alles klar alles klar alles klar alles klar wald ist in ordnung wald ist auch so gut wie in ordnung ich habe noch ein bisschen rein weil das ist genau der grenze da bin ich mir nicht sicher das ist einsam ok da kriegen wir hin weil man die sozial ja könnte alle wird gebrauchen ok die kommen eh nicht an also die könnten zwar vielleicht ankommen aber die 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 industrie ja du siehst ja recht nicht es hat raumhaft also wehlos merken wehlos und lang heil lang hälfte in dem kehrer im käfig in dem gehege perfekt besser geht's nicht so vorsitzend wieder mal hier auf der sturm auf wird abgabe der geld obwohl ich schon ein paar zweifel hatte aber sie haben mich eines besseren also ich habe nie verkehraben gehabt obwohl ich zweifel hatte die logik ich hatte nie zweifel nee obwohl ich zweifel hatte alter schwede gut so warum kommt jetzt dieser scheiß aufzuhalten mit den saubern jetzt ich habe ohne Ende des saubern gemacht ihr Affen Prozent so aus so dass aus er hat jetzt nicht noch einmal aus gut da kann ich hier gut 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 achten hier einmal und hier einmal passt so jetzt wird wahrscheinlich eh gleich die melde kommen dass nicht genug platz ist da denke ich mir eh dann ab zu anderen so ach hier hinten ist auch noch was mama mia welcher war ist das 1 junge du kannst auch gleich den hier perfekt sehr gut so der Fall auch gleich zu machen der typ ist der typ hat ein voll schaffe voll schuss und wie wohl ist das dass er nicht die frisst ach warte ich habe gerade eh nichts zu tun muss ja warten das ist das ist andere seite aber ja warte juhu was geht ab was geht ab kollege ich weiß noch wie ich früher als vom anfang ähm immer noch gedacht hab wo ist denn wo ist denn wie ich früher immer gedacht hab ich muss ein extra ding bauen für ich kann nicht labern und das ist warte mal 1 sekunde also nicht vergessen was ich sagen will Maja ja komm Maja als Maja mach jetzt keinen rollen äh wie ich in den ersten paar vorgemer gedacht hab dass ich ein extra Zaun hin machen muss und eine extra Tür machen muss dass sie die dass die dass die Dinos äh nicht abhauen oder dass dass sie nicht die die Wagen fressen aber dann später bin ich ja drauf gekommen ah ne die Wagen fressen sie nicht sonst Dinos oder so fressen sie jeden scheiß aber Metall schmeckt ihnen jetzt nicht ja dann weiß ich noch ich war nur auf der ersten Linse logischerweise bin ja früh drauf bin jetzt zum glück wirklich früh drauf gekommen so ok ok das war jetzt ein kam uns äh ich bin soweit guck dann hab ich gemeint warum wieviel haben wieviel haben die Dudes dabei dass irgendjemand wartet ok aber dann kann ich noch irgendjemand anders losschicken ja kann ich so so ja 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 dann ist halt ist halt so so ist so alphabetisch ist es ja mm 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 bam so da hinten da hinten ist keiner so was wollte ich jetzt was wollte ich jetzt eigentlich wollte ich nicht ich wollte gar nichts ähm warum 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 hier ist aufgeführt wird alles so gut ähm Tote was sterben sie jetzt alle weg sag mal was geht denn so das ist alles klar hier aha wieder einer boah Jungs 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 aber hier also jetzt komplett stinknormale raus keine so gemodifizierte Kacke so tschüss Schlesikowski so dann äh du bist auch Schlesikowski und äh hier der platz ist voll gut dann würde ich sagen äh ab zu anderen insel wird er ich denke ja ich bin schon zu lange gut äh ja ich glaube ich bekomme jetzt ein bisschen mehr als 800.000 neue Dermot Puh ich bin schon zu lange ich bin schon zu lange gut äh ja dann wird alles zu tun was sich bewegt oh ja 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 ist das extra äh Indominus kennt jeden Scheiß wenn ich ihm vorsätze Langheiß ist da scheiß drauf killig kleine Dinos auch scheiß drauf killig ja ist klar man kann auch übertreiben so so